Ich darf Sie im Namen aller WSW-Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen heißen zum 26. WSW-Jahreskongress. Es freut uns sehr, so zahlreich Kunden und Interessenten zu grüßen zu dürfen hier im Veranstaltungsforum Fürstenfeld. Datenflüsse für digitale Geschäftsmodelle. Datenflüsse für uns alle nichts Neues. Wir machen das seit Jahrzehnten. Aber wir lesen es heute überall in der Presse. Digital Economy, digitale Geschäftsmodelle, Digital Business ist der neue Trend. Die Workshops haben mir sehr gut gefallen, beziehungsweise der erste Workshop, in dem ich drin war, war genau das Thema, wo ich gerade dran bin, hat voll gepasst. Der zweite Workshop hat mir auch gut gefallen und ich freue mich noch auf die folgenden Workshops. Im Moment bin ich sehr zufrieden, ganz zufrieden. Die Kollegen und die Mitarbeiter haben es sehr gut erklärt. Ja, es ist mein dritter Jahreskongress bei der WSW mittlerweile und ja, wie immer vom Ambiente sowieso hier und auch von der Themenauswahl wieder super interessant und sehr informativ. Ich war in dem Workshop von der Salt Solution bislang mit der Industrie 3.0 vs. 4.0 und jetzt gerade beim Lieferplan Kopierer SD. Ja, die Workshops waren beide sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Ja, das war's. Ohne Geld ans Ende der Welt. Schafft man es von Berlin bis zur Antarktis zu reisen innerhalb von fünf Monaten ohne Geld. Also ohne Geld für Essen, Reisen, Schlaf. Mein Name ist Andi Häusler. Herzlich willkommen in der Welt der Mentalmagie. Aber was ist eigentlich Mentalmagie? Im Gegensatz zur klassischen Zauberkunst sind da die Dinge nicht unbedingt sichtbar. Das heißt, heute Abend wird kein Kaninchen aus dem Zylinder erscheinen, aber es wird Wunder geben. Und diese Wunder geschehen im Kopf, mal in meinem Kopf, mal in Ihren Köpfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.